Die nächste Version ist aus unserer wilden Rock'n'Roll Sturm und Trangzeit große Verstärker, super laut, man hört nichts, aber Leiband so schön. Ist super. Jetzt in der Akustikversion ein bisschen abgeschmeckt, immer noch super, World of Heroes, viele Elf mag ich gern. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020